Das ist das achte Mal, dass wir Gitarristen dieses Kammermusik-Wettbewerb organisieren. Und seit zwei Jahren hat auch Professor Gisvatek uns unterstützt, das auch für Harpe zu organisieren. Unsere Idee ist, dass Gitarristen, die normalerweise ziemlich isoliert spielen, mit so vielen Kammermusikgruppen, sich mehr und andere Instrumente machen und umgekehrt. Und das hoffen wir auch für Harpe zu. Also heute gibt es wieder ein sehr interessantes Programm. Ich muss schon sagen, dass eine Gruppe, die um 2.40 spielt, fällt aus. Sonst bleibt alles wie geplant, bis zu den letzten zwei Gruppen werden sie die Zeit umtauschen. Also das Karuli wird vor Pelemann und Fields gespielt. Dann wünsche ich euch ein ganz schönes Konzert, angenehm zu hören und viel Erfolg besonders an die Kandidaten. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Applaus